Hallo zusammen, dieses Topspeed Video wird alles, wirklich alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Durch das Erreichen der unendlichen Geschwindigkeit kann es vorkommen, dass die reale Welt völlig ausgeblendet wird, die Bilder auf dem Monitor werden verschwimmen, die reale Welt wird nicht mehr wahrgenommen. Alles das muss im Kauf gemacht werden und wann dieses Video weiter schaut. Ja, das ist in your notes. Jetzt geht es hier auch noch bergauf, alter Schwede. Jetzt noch mal die Verlust abrücken, ich hoffe, die bleiben alle auf der rechten Seite. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020